Das Hotel Marlin liegt in Marlinska in Kwarna Bucht. Die meisten Gäste des Hotel Marlin würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 70%. 97 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,4 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,8 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,6 Sonnen bewertet. Service. 4,5 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,5 von 6 Sonnen. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,4 von 6 Sonnen als gut bewertet. Sport und Unterhaltungsprogramme. Das Unterhaltungs- und Sportprogramm ist akzeptabel. Es wird mit 3,1 und 6 Sonnen bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.